Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gottesfriede ist da, auch wenn deine Umstände nicht so sind. Manchmal musst du einfach ihm vertrauen, auch wenn du deine Situation nicht verstehst. Probiere es aus. Gottesfrieden ist höher als alles andere. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute das Thema, die andere Realität. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Die andere Realität. Und ja, was verstehe ich darunter? Wir, die wir Christen sind, die wir ja zu Jesus gesagt haben, haben ja den Heiligen Geist in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber nicht nur für die Kirche. So viele Christen, die leben nur in der Kirche für die Kirche. Um die Kirche herum, aber nicht im Alltag. Und ich habe dieses Bild vom Grafiker machen lassen, wo ich darstellen möchte, da ist in Grau London dargestellt. Und mittendrin ein Tempel, ein Tempel, Löwe und Lamm, wissen wir, es sind Zeichen dafür, dass wir mitten im Chaos, mitten im Alltag wirklich der Tempel des Heiligen Geistes in uns ist und wir das in den Alltag raustragen dürfen. Wie können wir das realisieren? Wir können es realisieren durch unsere Ausstrahlung, wie wir den Nächsten begegnen, wie wir dem Nächsten helfen. Und das können wir mitten in der Gesellschaft. Wir haben den privaten Zugang zum Heiligen Geist und mitten im Chaos. Und das können wir in diese Welt hinausbringen. Das ist auch unsere Aufgabe, die wir haben und die dann auch Freude macht. Auch wenn man mal mitten in einer scheußlichen Situation ist, wissen wir trotzdem, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes mitten in diesem Chaos. Aber Gott ist in mir und Gott ist mit mir. So viele denken, der Himmel ist so weit weg. Oh Gott, wenn du nur hier wärst. Er ist in dir. Glaub es. Danke, Herr. Herr, dass wir ein Tempel deines Heiligen Geistes sind. Dass wir wirklich deine Herrlichkeit in diese Welt hinaustragen, indem wir mittendrin sind. Und Herr, diese Werte und diese Ausstrahlung, ja, Herr, dich reflektieren. Ich danke dir. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns ihr Gebetsanliegen wegen Magen-Darm-Problemen. Sie schreibt, ich leide seit zwei Jahren unter Reflux und Magen-Darm-Beschwerden. Jetzt ist noch Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit dazu gekommen. Ich hatte schon Tabletten und Magen-Darm-Spiegelungen. Es ist leider keine Besserung eingetreten. Ich bitte daher um Hilfe im Gebet. Gott, das wollen wir tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst. Und dass du auch diese Magen-Darm- und Reflux und die Schmerzen und Kopfschmerzen und Übelkeit und Schwindel, dass du das alles weißt. Und ich danke dir, dass du sie durchströmst von Kopf bis Fuß. Danke, dass du eine Rundum-Erneuerung schenkst. Und dass du den Zustand wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, dass jeder Schmerz verschwinden muss. Jede Übelkeit und alles, was damit zusammenhängt mit dieser Magen-Darm-Geschichte. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und dass du eingreifst. Amen. Amen. Per E-Mail schreibt uns eine Frau aus der Schweiz, auch wegen Schmerzen von Blase und Rücken. Sie schreibt, ihr Lieben, habe heute eure Sendung angesehen, konnte aber nicht anrufen. Bitte betet für mich, für meine Blase und Rücken. Kann kaum Wasser lassen, noch sitzen. Danke für euer Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst und du siehst, sie setzt ihr Vertrauen auf dich. Du weißt um all ihre Beschwerden und ich danke dir, dass du diese Blase und diesen Rücken anrührst. Danke, Jesus, dass diese Schmerzen aufhören und dass diese Blase gereinigt wird. Dass du sie durchspülst mit deinem göttlichen Heiligen Geist und deiner göttlichen Heilungskraft. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über ihrem Leib und über ihrem Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Eine Frau schreibt uns für ihre Tochter. Bitte, bitte betet für meine Tochter wegen Kinderwunsch. Sie hatte jetzt die zweite IVF-Behandlung in der Kinderwunschklinik. Bitte betet für sie und ihren Mann, dass der Segen Gottes mit ihnen ist. Danke. Ja, das tun wir sehr, sehr gerne und wir haben auch das in den Gebetsnächten immer wieder und so viele Kinder sind nach dem Gebet wirklich entstanden und wurden uns die Zeugnisse gebracht und wir glauben jetzt auch für diese Sache. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du diesem Paar wunderbar ein Kind schenkst, Herr, ich danke dir dafür, danke, Herr, dass der Herzenswunsch in Erfüllung geht und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du das ermöglichst, Herr, dass so ein Frieden hineinkommt in die ganze Situation und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir uns, Herr, in neun Monaten freuen dürfen. Das bekannt zu geben, Herr, ich danke dir dafür, dass du Gebete hörst. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt wegen Migräne und Allergie, ich habe starke und seit langer Zeit Migräne, jetzt ist noch eine Allergie dazugekommen und es juckt mich von Kopf bis Fuß. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, oh, ich danke dir dafür, Herr, den ganzen Kopf, den ganzen Körper, Herr, Herr, wir rufen deinen Frieden hinein, Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, dass diese Migräne verschwindet, diese fürchterlichen Schmerzen, dass sie nie wieder kommen. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, reinige du, Herr, diesen ganzen Körper durch dein Blut, Herr, 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 nicht nur, Herr, nicht nur seelisch, geistig, Herr, nach Geist, Seele und Leib, Herr, Herr, dass dieser Körper richtig funktioniert, wie du ihn geschaffen hast. Amen. Amen. Und viele Gebetserhörungen haben uns auch wieder erreicht und eine Frau aus der Schweiz schreibt uns von dieser Gebetserhörung. Zur letzten Gebetsnacht bat ich sie um Gebetsunterstützung für meinen Sohn, der einen Arbeitsplatz suchte. Heute kann ich ihnen mitteilen, dass er wieder Arbeit gefunden hat. Gott ist großartig. Lob und Dank. Wunderschön, wie eure Gebete durch ihn wirken. Danke auch für eure wunderbaren Briefe. Und auch diese Frau kann von einer Gebetserhörung berichten. Vielen Dank dem Herrn und Daniel. Als Daniel gebetet hat, hat mich Gott von Nackenschmerzen befreit, die mich mehrere Jahre geplagt hatten. Was für eine Befreiung nach so vielen Jahren. Und aus Ostdeutschland kommt diese Heilung. Ich hatte euch um Gebet für meinen kranken Sohn gebeten, der schon viele Jahre krank ist. Er hatte auch Corona bekommen und konnte nicht mehr sprechen. Das ist alles wieder in Ordnung. Vielen Dank für eure Gebete. Wie großartig doch Gott eingreift, wenn man nicht mehr sprechen kann. Das ist doch wunderbar, wenn das wieder in Ordnung kommt. Und von einer besonderen Gebetserhörung berichtet diese Frau aus Bayern. Ich hatte sechs Monate lang Flohplage. Es waren Kiefernholzflöhe, die mit dem Kaminholz reinkamen, sich in Polstermöbeln, Teppichen und Betten einnisteten. Drei Kammerjäger schafften nichts. Ich war verzweifelt, ohne Nachtruhe, ständig gebissen. Und ganz plötzlich ist es vorbei. Wie wunderbar, doch Gott auch in solchen Situationen hilft und eingreift. Ja, das ist ja ein Stück lustig, aber für diese Frau war das richtig eine Plage. Und ich glaube nicht, dass jeder Plage hat mit Flöhen, aber hast du irgendwas erlebt, was ganz anderes, wie Gott dein Gebet erhört hat? Vielleicht nicht nur durch eine Heilung, sondern irgendwie was anderes. Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, die andere Realität und die andere Realität möchte ich dich eigentlich heute in diesen Tag schicken. Auch wenn er vielleicht schon halber rum ist und wenn es Abend ist und diese Sendung du abends mal anschaust, dann mach es den nächsten Tag. Geh mal bewusst in diese Welt hinaus einkaufen und in die Arbeit oder wo du auch sein wirst. Geh mal und du mal bewusst wahrnehmen, dass in dir die Herrlichkeit Gottes ist, die dort ist, wo du bist. Und trag sie hinein und trag sie hinein in diese Welt und reagiere so, wie Jesus reagieren würde. Ja, wenn du Gebet brauchst, dann schick uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Und das Telefon-Team ist heute bis 13 Uhr erreichbar. Heute haben wir was ganz Besonderes. Diese Woche ist das neue Buch gekommen, das Mutmacher-Buch, was dein Herz ermutigt. Ja, ihr seht, den Titel weiß ich noch gar nicht mehr so genau. Es ist ganz neu gekommen. Wir haben da schon das ganze Jahr daran gearbeitet. Es sind 60 mutmachende Inputs und richtig, richtig schön aufgemacht. Ein wunderbares Buch mit Bildern, mit Gebete, mit Andachten, Inputs. Also dieses Buch ist jetzt erhältlich. 14,80 Euro. Du kannst es in unserem Shop bestellen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Und wir verabschieden uns für heute. Alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schau doch mal vorbei.